Katzen im Hals, Katzen im Hals, ich hab'n Katzen im Hals. Katzen im Hals, Katzen im Hals, ja so'n Katzen im Hals. Ist das deine Hand? Ist egal. Ein Schwein fasst mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Selbst mein Mitbegruner findet's Uruna, das Leben mit Uruna. Ein Schwein niest mich an, keine Sau infiziert sich durch mich. Und ich frage mich, denke liegendlich, jemand mal an mich, mal an mich. Oh, dann. Oh, Tobi, komm, 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 komm. Die Weisheit des Tages. In Finnland sagt man, de kakastagul da. Das bedeutet, besser kratzen im Hals, als kratzen im Schritt. Kann das sein, dass Max Rabe so Liebe macht, dass er mit einfach den Frack immer anmeldet? Immer? Ja, ja, ja. Ich glaub, er hat gar nichts anderes. Muss mal was gucken. Was interessiert so eine Sache? Wir sehen uns morgen, dann ist Tobi bestimmt auch wieder da und Max Rabe ist weg. Ja, und dran denken, ähm, Abstand halten, also mindestens zwei Zentimeter oder ich weiß nicht mehr genau. Meter. 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 Die ganzen im Hals, sie haben krasses Hals, wie konnte das passieren, die Interviewein